Warum Riley so schick angezogen ist? Weil wir gleich auf einen Geburtstag fahren. Und weil wir leider zu viele Personen in diesem Auto sind, hat sich Spencer ganz selbstlos geopfert und dem Kofferraum Platz genommen. Wie fühlt es sich denn so an, jetzt wo wir noch stehen? Bequem? Ja, er hat auch ganz viel Platz. Den quasi direkt neben ihm ist eine Kühlbox, wahrscheinlich für die zahlreichen Cocktails, die wir serviert bekommen. Ins Bier. Oder so. Keine Ahnung. Ja. Gut, aber er hat bequeme Sachen als Cocktails. Möchtest du noch etwas sagen, bevor die Reise Oh, du rierst in der Backpack, hm? Wir haben heute den 10.11. Awww. Ich bin sorry. Kein Problem. Willst du einen Motorrad fahren? Nein. Er hat keine Fahrzeuge. Es ist okay, du willst auch nicht diesen Motorrad fahren. So, na dann hoffen wir, wir werden von der Polizei nicht angehalten. Wir werden auf dem Motorrad fahren, die uns kommt rundherum um da.